Die Kreditfabrik trägt substanziell zum Wachstum der Bank bei. Das ist ganz wichtig. Es ist ein dynamisches Feld, das sich erst entwickelt hat in den letzten paar Jahren. Für uns ist es ein Anliegen, dass wir hier führend dabei sind. Das sind wir auch. Wir haben uns da einen entsprechenden Namen erarbeiten können. Es ist für mich aber jetzt auch als CEO wichtig, ganz klar zu sagen, dass wir eben nicht nur auf dem Standbein wachsen, sondern es gelingt uns in der GKB immer wieder, dass wir auf allen Standbeinen wachsen. Das ist eine hervorragende Ausgangslage, die es gilt weiter zu nutzen.